da Minus Verteidigung plus Bombe Langeweilig Was hab ich eigentlich zu Zeit drauf? Ich muss werfen was? Langeweilig Ah, wir haben da selber drauf Ok, ich mach mal den Streuschuss weg und ich hau mir mal wieder den... Das Messer von Izli drauf mit dem Machtschuss Langeweilig, ich bin immer noch beim Spiel verlassen Ach, bist du? Oh, das tut mir jetzt echt leid, Moment Hä? Ne, Moment Das ist jetzt falsch Oh mein Gott Oh, das nehm ich mal Oh Oh Ich darf wieder Flammenwerferchen spielen Oh, ich bin runtergefallen Was warst du denn? Guck mal hier Du kannst dich abseilen Ja Häng dich an mich Warum kann ich mich denn jetzt... Also Oh oh Alter, hast du gesehen wie die Spinnen da unten Voll im Buggy Ich finde, die könnten mal bei COD- äh, Modern Warfare 3 irgendwie noch so'n Flammenwerfer reinbringen oder sowas So wie bei... Leg Ops Leg Ops Nur da ist der Imbalance Oh Okay Warte mal Kann man ja vielleicht noch was anderes erstmal machen? Hier kann man runter Ja Okay, du gehst erstmal runter Äh, viel mehr war da ja nicht Da oben kann man ran Der Pfeil Der Pfeil? Äh, der, der, ne, ne, du weißt, was ich mein Ja, ein Schädel Dann, ähm Schatz Weitere deines Amtes Verdammt Okay, Weitere deines Amtes Was soll der Scheiß? Wo springen die hin? Dumme Nutte Wohoo Weg besoffen Ah Ist er noch wo? Äh, gar wahrscheinlich nicht Wofür waren denn da jetzt die Stacheln? Ja, das weiß ich auch noch nicht Oh Oh So Ernsthaft? What the fuck? Geht das Ding von alleine so zurück? Okay, dann muss ich den sofort mal mitnehmen Hä? Vielleicht darf da immer nur einer dranhängen Zu erwarten Vielleicht hätten wir den da dran schießen sollen Bevor der sich bewegt Quatsch So, jetzt holst du mir den wahrscheinlich runter, oder? Genau So, jetzt holst du mir den da dran Weitere deines Amtes Weitere deines Amtes Weitere deines Amtes Sauerst Right So, jetzt holen wir den da dran Okay Ah Let's gucken, ob... Ruhe Wunderbar Wunderbar Ja, das... Ja, okay Was? Äh... Äh... Oh, Leute, Leute Nein, ich komme nicht mehr Oh mein Gott Das ist nicht gut Das Vieh ist ganz schön groß Aber hallo Das macht echt Spaß Ich wäre da fast nicht mehr rüber gekommen Das tut mir leid Ich habe andere Probleme Okay Das Vieh war ziemlich awesome Oh, wir kommen also nicht mehr zurück Oh, 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 oh Wow, what the fuck Wir müssen das zerstören Und wie? Kann ich da drauf? Ich kann da drauf Es ist doch da drauf Ja, 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 ja Beeil dich bloß, beeil dich bloß Okay Das war jetzt natürlich nice Ja Nice Fail Ich finde es gibt noch Es müsste ja noch so Fail-Zeit-Lupen geben Wenn beide sterben oder so Aber das war noch so weit so richtig eigentlich, oder? Ich glaube schon Wir müssen es zerstören Schauen wir mal Ich bin so ein kluger Junge Oh 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 Ach, das war schon Verdammt Oh Wer war denn dann Leglion? Ach, Leglion war das große Vieh gerade Ja Aber wir haben nicht mal die 200.000 Punkte geschafft Ich glaube, wir haben eine ganze Menge übersehen Das glaube ich auch Verdammt Aber Aber Okay Aber wir können jetzt bei der Beschwörung mitmachen von Xolotl Besiegen sie den T-Rex In maximal zwei Minuten Und alle Säulen zerstören Alle Säulen zerstören Ey, wir haben auch drei Drei Rote Schäden Gute Schädel sammeln, was wir sonst merken Ja Das haben wir gerade auch schon nicht geschafft Lass mal zurückgehen und gucken, ob hier noch weit ist Vermutlich Da ist doch ne Säule, oder? Oh Gott Keine Säule Vermutlich Ja Sonst auch irgendwann, wenn du siehst Vielleicht da? Wo wir nach oben gehen erstmal Zum Ecke Auf den Fluss wieder Ich will wissen, was diese leuchtenden Bäume sind Die müssen auch irgendwas haben Ich traue den Dingern nicht Okay, das hat schon mal nichts gebracht Hä? Die Beschwörung startet Oh Oh Da ist Xolotl Ja, und da ist ein Stein T-Rex Und ich glaube, das ist jetzt ein End-Boss Ja, das glaube ich allerdings auch Das sieht ein bisschen aus wie Diablo ohne Arme Okay, jetzt stellen sie an zwölf, zwölf, zwölf Wieso haben wir denn eine Säule schon zerstört? Weiß ich nicht Ich weiß nicht mal, wo der Junge ist Das ist ne Säule Das ist ne Säule Oh Da What the fuck? Was ist passiert? Keine Ahnung, das ist gerade ziemlich komisch Wieso hat denn der schon die Hälfte des Lebens weg? Ja, weil der ist gerade über dieses Feld gelaufen Hey, guck mal Dann bin ich Wenn wir die Säulen zerstören Ich seh nix, du bist zu weit weg Wenn wir die Säulen zerstören, dann So, hol den mal da drauf Was? Der muss da auf dieses Feld gehen Und dann haben wir das bestimmt schon geschafft Das ist halt hier aber für unwahrscheinlich, oder? Wo bin ich denn überhaupt? Ich Unten Rechts Nichts Das ist erstmal die Säulen hier Kann man nicht machen Das sind nämlich auch rote Schädel runter Oh Oh Hoch Hier ist Munitionslager So weit so gut Da, jetzt Der muss jetzt hier auf mich gehen Jawohl Auf Jawohl Oh, der wird jetzt aber gerade massivst aggressiv Es hat Hunger Hab ich das Gefühl Und zwar nach Frisch, Fleisch Aua Wir haben noch ein paar Säulen übersehen Es ist ein paar Säulen, Finn Mach das Ding mal kaputt Das Haus Alter, das Auto Wow Der hat mich weggeschleudert Oh Und ich bin irgendwo Hinter dir Okay Ähm Weiter geht's Achso, ist da unten Zwei Säulen Boah, das ist so knapp Ich Ich werde hier gerade von so ein paar Da sind noch Da sind jetzt zwei Oh mein Gott Was tut es da? So Okay, wie viele Schädel fehlen uns noch? Drei fehlen uns noch Boah, ich brauche Leben Leckt mich am Arsch Leckt mich am Arsch Was denn hier? Hier hinten war noch so ein Da kommen wir wieder zurück Oh, Leben, 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 Leben Wir können erstmal Punkte sammeln noch Okay So viele Punkte haben wir ja gar nicht Wir müssen dann noch ein paar Schädel fehlen Kann ja nicht sein, oder? Drei Stück umgenutzen werden Nein! Alter, hör auf mich die ganze Zeit zu fressen Jawoll Okay, noch ein Ding Hier wird in der Ecke Okay, da verstehe ich dich Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-shit Na, wir holen schneller cold Ohja �ja inanchmal mussten wir, übersehen ja Wenn er noch mal Leben hat, hat er das Leben, perfekt. Munition kriegen wir glaube ich beide zusammen als Leben nicht, sau logisch. Vielleicht gibt der uns einen roten Schädel, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst das wirklich zu verbrauchen. Der T-Rex kann noch Feuer spreiden. Ja, ist doch logisch. Tja, dann würde ich sagen, probieren wir ihn überspielen, wir töten ihn. Okay. Oder ist hier oben, kommen wir nach oben nochmal? Ist hier irgendwas in der Ecke noch? Oh, hier waren wir doch nicht. Na guck mal, haben wir schon eine Herausforderung geschafft. Ja gut. Klammern wir hier schon. Na rechts. Da waren wir nun nicht. Hier geht es nicht weiter. Aber wohl danach erst rein, oder was? Aha. Nö. Boah. Penner. Ah, die Säulen haben wir alle, ne? Die Säulen haben wir alle, ja. Und vier. Ah. Ah. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Jetzt habe ich mal einen schönen Schuss kaputt. Okay, töten wir ihn. Okay. Der muss jetzt immer zu dir. Der geht auf mich. Fuck. Der muss in die Druckplatte. Unten, hier. Da musst du drauf schießen. Da wo ich jetzt stehe. Ja. Jawoll. Knapp besiegt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Solotl hat seine Festung fast erreicht. Sobald er innerhalb ihrer Mauern ist, können wir ihn nicht mehr besiegen. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wenn wir durch den westlichen Tempel gehen, können wir ihn vielleicht den Weg abschneiden. Vorsicht. Solotl ist dafür bekannt, fallend für seine Feinde auszulösen. Wie sagst du Lottl, ey? Ich habe es mir gefehlt. Okay, in zwei Minuten kann man ihn aber locker besiegen. Ja, das war doch schon mal halbwegs was. Ja, kein Problem war. Ja. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben ja noch nicht mal zu Lottl getötet. Oh nein. Und danach müssen wir auch noch gegen... Wie heißt der denn noch? Ach, ich habe es gefehlt. Sollte es ein Witz werden? Nein. Natürlich nicht. Vergessenes... Alter, die bauen hier. Ich muss mal kurz das Fenster zu machen. Findet sie einen Weg durch dieses alte Grab? Was nennen sie das vergessene Tor? Wie soll man den Tor öffnen, wenn man es vergessen ist? Ja, es hat es nicht mehr vergessen. Ich weiß, was es ist. So, Fenster zu. Weiter geht's. So. Gibt's eigentlich so nackt Cheat, dass man Lara Croft auch nackig machen kann? Ich find's so geil, sieht die in diesem Spiel...